Die Siewacht Bewachungsdienst GmbH ist Teil der CKV-Gruppe, einem mittelständischen, eigentümergeführten Unternehmen. Neben der Zentrale in Wien und Niederlassungen in St. Pölten, Linz, Graz und Salzburg betreibt das Unternehmen weitere mobile Dienststellen in ganz Österreich. Aufgrund des stetigen Wachstums wird es 2022 in Wien eine neue, größere Siewacht-Zentrale geben. Herzstück von Siewacht ist die tägliche, rund um die Uhr besetzte Sicherheitszentrale. Sie ist nach den neuesten, europaweiten Standards zertifiziert. Unser modernes Key-Management-System sichert und verwaltet jeden Schlüssel und dokumentiert das in Datenbanken. Für die Sicherheit bedeutend sind die Menschen. Unser geschultes, mehrsprachiges Personal ist für professionelle Empfangs- und Informationsdienste zuständig. Das Siewacht-Wachbuch ist digital. Der eigens programmierte Siewacht-Tracker sorgt für maximale Transparenz, auch beim Kunden. Unser tausendköpfiges Sicherheitsteam ist österreichweit mit mehr als 100 gebrandeten Fahrzeugen unterwegs. Wir setzen dabei auch auf innovative Fortbewegungsmittel für Kontrollrundgänge. Alarmzentralen betreiben wir auch für unsere Kunden. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind optimal ausgestattet, sodass sie im Notfall Leben retten können. Die Videoüberwachung unterstützt unsere Belegschaft dabei, Spitzenleistungen zu erbringen. Aus- und Weiterbildung haben für uns höchste Priorität. Wir trainieren unsere Belegschaft in den Bereichen Sicherheit und Objektschutz, Museumsaufsicht, Revierdienst, Alarmverfolgung sowie Brandschutz. Für unsere Kunden haben wir auch eine eigene Siewacht-Betriebsfeuerwehr. Siewacht. Verlässlichkeit seit mehr als 30 Jahren.